man könnte natürlich in diesen streifen hier mit commercial machen hier machen wir noch industrie und hier wohngebiete so könnte man es tun die frage ist wie bauen wir das hier hier haben wir ja schon mal die anbindung an die autobahn hätten wir theoretisch dann hier auch dann müssten wir das hier wegnehmen halt stopp und hier stattdessen den dahin machen warum auf zu connecten hier ist nicht connecting people wohl wäre es nicht sinnvoller hier ein kreuz hin zu machen hier machen wir ein kreuz hin wo das herkommt das herkommt das und das das herkommt das herkommt das herkommt das herkommt das herkommt das herkommt welchen wir auch noch mal Schutzwall, Lärmschutz, Lärmschutz, Wall. Klopp. Oh. Können wir hier auch machen? Schnipp, schnipp, schnipp. Hier sowieso. Lala, wir machen ganz viel Umbauarbeiten, Umbauarbeiten, Umbauarbeiten. Lala, lala, lala. Lala, lala, lala. Okay, das geht nicht. Noch nicht. Noch gehört es nicht uns. Ich klicke hier ganz fröhlich hin und her. Lass mal auch gleich, habe ich einen Linksverkehr hier. Dann lache ich mich kaputt. Und verkrieche ich mich in ein Loch. Oh. Okay. Und so noch. Hier machen wir das auch noch. Und natürlich hier auch. Oder würde mir das ja anzeigen, wenn irgendwo falsch connected ist. Würde ja doch, oder? Ja, würde ja bestimmt. Okay. Ähm. Muss ich das hier noch machen? Das ist jetzt nur für das Wohngebiet, was hier nachher noch hinkommt. Und für sonst nichts. Für die Commercial-Legi sind eh laut. Und so. Schnipp. Schnapp. Schnubbeldiwub. Schnappdiwub. Schnuppdiwub. Hier kommen dann die beiden Ausfahrten hin. Ähm. Ja. Ja. Die dann irgendwo. Zusammenlaufen. Und dann. Irgendwie so. Und hier genauso. So. 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 Nein. So rum. Dann machen wir hier die komische Kurve weg. Hä? Wieso? Wegen der blöden Auffahrt da jetzt, oder was? Nee. 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 Nein. Du sollst doch nicht hoch. Nein. Du sollst. Nein. Boah. 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 Ey. Mach mich nicht fertig. Spiel. Ja. So. Boah. Okay, dann brauchen wir hier noch eine vernünftige Auffahrt, eine vernünftige Abfahrt, die sogenannte Abfahrtsregel, so, dann brauchen wir hier noch eine vernünftige Auffahrtsregel, ja so nicht. So, und hier auch eine vernünftige Abfahrtsregel, jetzt sieht das hier schäbig aus, toll ne, ist ja toll gemacht, wir sind alle stolz auf dich, ganz toll. So, und dann können wir hier Commercials machen, machen wir das hier mal wieder an, wo ist denn hier, ach so, Drehwerk, auf Versuche nach dem Playbutton. Pilim, pilim, pilim. So, jetzt muss ich mir noch überlegen. Ähm. Die kommen von hier runter. Ist natürlich blöd, wenn die bis hier hinten fahren müssen. Bauen wir hier vielleicht auch noch mal um. Ja, warte, warte. Große, große, große Umbauer bei Ihnen hier. Gut, dass ich gerade das Geld verschwendet habe, um das hier alles abzudenken. Aber, was ja sein muss, muss ja sein. Dann machen wir alles anders. Mama, wieso reißt der denn jetzt alles ab? Kind, ich weiß es nicht. Mama, der macht ja alles wieder kaputt. Ich weiß, Kind. Ja, aber Mama. Der ist doch doof. Oh ja, Kind. So. Dann brauchen wir noch eine Abfahrtsregel. Re, 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 regel. Regel. Wieso kann ich denn jetzt hier nichts platzieren? Gefälle zu steil? Das ist mich verarschen. Was denn für ein Gefälle? Gefälle zu steil, sagt er. Dann müsste ich das hier eigentlich... Müssen wir das hier erstmal abdäten. hilft alles nichts ein Update muss sein da braucht es nicht das hier kommt sowieso weg dann brauchen wir hier eine smoother Kurve hier auch Tja 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 nehmen wir das hier mal weg so so das hier nehmen wir weg das nehmen wir auch weg Mama Mama ich glaube der Onkel weiß nicht was der da macht ich glaube auch Kind Mama der macht die ganze Stadt kaputt ich glaube auch dafür schreiben die mal eine E-Mail dass der doof ist Mama ich glaube das ist besser den drauf den ab so ja junger Mann schön ist aber anders ne will ich ihm mal gesagt haben geht so nicht dann machen wir das hier weg wenn das ähm wird doch gewinnen dass das da jetzt so ein bisschen rüber geht ja so ein bisschen das ist genau das was ich haben wollte ich weiß es nicht schon das Spiel versteht mich blind nicht so da haben wir da die Auffahrt die Abfahrt mhm 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 das können wir es natürlich Machen wir das halt so. Tö. Pah. Da hast du dich aber verwettet, Spiel. Nicht mit dem Commander, ne? Ja. Ja. Ja, ist ja natürlich... ...total optimal gelöst. Hier wird es bestimmt keine Staus geben. Bestimmt nicht. Das wird so voller Staus sein hier. Möchte das ungern direkt da dran packen. Machen wir mal ein kleines Gebiet. Fangen wir mal ganz klein an. Und wir werden gerade bauen. Also gerade schräg. Gerade schräg. Versteht schon. Gerade schräg. Wie man halt so baut. Wenn man gerade schräg baut. Machen wir da ne kleine Lücke. Machen wir da ne kleine Lücke. Und dann... ...machen wir... ...hier... ...Commercials rein. Ja, so. Natürlich kommt hier auch... ...the big one... ...of the... ...Police und... ...the Feuerwehr. Ja. So isse... ...uni dicke... ...wasserwerk. so hier auch so und natürlich hier auch das geht nicht aber das geht ja strom strom ja strom strom könnte helfen bei der besiedlung neuer gebiete habe ich gehört so mache ich hier auch noch commercial sind so weiß nicht ob das hier sinnvoll ist und hier ich glaube hier mache ich lieber parks in so kleine sagte kleine werden immer größer kleine so okay go und kommt was passiert wo ist die wo sind die autobahn hin dass die autobahn weg ich will uns so verarschen dass die autobahn weg ist okay ich sehe schon ein problem moment dann müssen wir ändern das ist hier nicht genug sprich das ist nicht flüssig flüssig müssen sich daran locker ein rein können verstehe stehe da können nämlich ganz locker rein und dann läuft das auch okay jetzt wird natürlich hier die autobahn wieder mehr beansprucht die auf und abfahrten weil die jetzt natürlich in dieses gebiet wollen da müssen wir mal warten ob wir das hier nochmal wieder anschließen bing 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 b Für die Toten. Wobei die sind ja ganz schön bescheuert, ne? Die müssen dann einmal... Komplett... Ja, soll nicht so anstellen. Müssen sie halt ein bisschen fahren. Oh, Wasser. Wasser. Die Wasserwerke haben wieder geschlafen. So... So... Tipptipptidididim. Bing. Freut die natürlich hier drüben auch. Dass hier... mehr Leute sind. Dann müsste die Industrie eigentlich auch freuen. Mehr Verkauf. Mehr weg. Okay, hier wird der Müll nicht abgeholt. Was ist denn mit Mülli-Vanüli? Auslastung 76%. Ja, gut. Ich habe gewonnen. Auslastung 77%. Können wir die denn mal hinsetzen, damit die nicht stören? Ja, hier nicht. Hier kommt ja... Da ist ein Ding ins Gebiet hin. Hier könnten vielleicht noch einen hinsetzen. Was ist denn das da? Ist da noch ein Öl? Hätte ich doch vorhin geguckt. Da hat er doch nichts angezeigt. Hopp. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich wollen wir nicht. So, wo war jetzt das Problem auch hier hinten? Das heißt, wir müssen vielleicht hier... Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu weit in die Richtung gehen. Wie können wir das denn abschotten, dass die hier jetzt stresst? Ich meine, wir können ja hier einfach so eine Schneise ziehen, wo nichts ist oder wo Commercial hinkommt. Ja, kann man machen. Kann man alles machen. Man muss nur wissen, wie. Oder wir müssen die umziehen lassen hier rüber. Dass die Autobahn dazwischen ist. Aber das ist ja auch bescheuert. Jetzt haben wir das hier hingebaut. Ja, momentan brauchen wir ja eh keine Häuser. Von daher... Was ist denn? Ich habe noch nie richtig darüber nachgedacht, wie viel Müll, die ich in zwei Wochen ansammeln kann. Endlich wird recycelt. Polizei bietet immer noch Lagerräume an. Bürgermeister, bla bla bla. Krankenhaus. Eine Runde Joggen im neuen Park. Die freuen sich. Die freuen sich. Was ist hier hinten los? Okay. Der bringt seine Toten raus, aber das bringt nichts.